So, ihr Lieben, wir sind ganz schön hier angekommen, wo wir schon mal hier sind. Welches Kapellchen von außen und von innen wird mal die Ehre erweisen. Noch kurz ein bisschen Literatur. Kann man ja stoppen, wenn man es lesen will. Grüß Gott, tritt ein. Ja, herrlich. Mal sehen, wir haben alles aufs Bild bekommen. Schöne Rundbogenfenster. Sitzgelegenheit für die Sender. Schöne Rundbogenfenster. Schöne Rundbogenfenster. Schöne Rundbogenfenster. Schöne Rundbogenfenster. Schöne Rundbogenfenster. Einen schönen Tag. Freizeitpark. Eine halbe Stunde. Den gehen wir jetzt hin. Ciao